Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind, bis zur Linie Wichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Wir können den Gruppenführer-Feglein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Daddy, ist Santa Claus wirklich kommend? Ja, ja, Betty. Jetzt, wir werden Sie alle kucked und ich erzähle Ihnen die Geschichte von Vater Christmas. Jetzt, jeden Weihnachtstag, Santa loads up his Sled with presents that his little elves have been busy making all year long. Then he hitches up his reindeer, flies from his grotto in Jalandhar to deliver gifts. Oh, his grotto? Jalandhar. Then he flies on... But I thought Santa lives in the North Pole. India! Vater Christmas, Indian! Think about it, yaar. Big beard, huge belly, terrible suit, Indian! Daddy! Then he calls out to his reindeer, on the winder, on Baljeet Singh! What about Rudolph? Ranjeet! You know, like... Ranjeet, the red-nosed reindeer, had a very shiny neck. And all the little pixies had to clean up the muck. Pop Santa shed in the chimney, it really blocked up the flu. And the following Christmas, the whole family turned Hindu. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Entsuchen Sie ihn, ey! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Fegelein!